Freunde, jetzt bin ich hier, die erste Maske ist gefallen, wie ihr es mitbekommen habt, eben halt, wir schalten jetzt rein, wer es genau ist, eben halt, ich hatte es schon die ganze Zeit auf den Lippen, muss ich sagen, Freunde, also wir schalten jetzt rein in die, ähm, Massen... Und dieser Stier wird, warte, 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 Junge, 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 warte, 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 es muss doch erst noch geraten werden, es muss doch erst noch... Also ihr seht, Freunde, er hat jetzt die Maske, äh, den Handschuh abgenommen erst mal, bin ich gespannt, äh, wer das jetzt ist, Freunde, ich bin echt gespannt, wir schalten jetzt rein... Das ist Gildo Horn! Ihr habt es schon im ersten Video, was ich gesagt habe, ich habe euch gesagt, das ist Gildo Horn, ich habe mir diese Stimmen ja damals auch angehört und ich wusste gleich schon von der ersten Sendung, das ist Gildo Horn, das ist richtig krass, und nochmal, ich liebe diese Show, ich liebe diese Sachen, Also, das war jetzt natürlich jetzt die erste Enthüllung, die wir jetzt gemacht haben, und die erste Demastierung, also, Freunde, jetzt kommt gleich die zweite, also diesen Kanal abonnieren, die Glocken betätigen, und wir sehen uns gleich wieder.